Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich dem Dank von Herrn Kollegen Körfges anschließen und für die sehr seriöse und engagierte Arbeit in den Gremien bedanken. Wir haben mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, die ausgewertet worden sind. Wir hatten eine breite Sachverständigenanhörung, die stattgefunden hat, und die Argumente sind in der Tat ausgetauscht worden. Ich will nur auf einen Aspekt noch hinweisen. Wir machen diese Verfassungsänderung, da möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, es handelt sich um die Änderung der Verfassung und nicht um einfach gesetzliches Recht, was heute geändert wird, weil wir der Auffassung sind, dass die Räte, Kreistage und sonstigen kommunalen Gremien handlungsfähig sein müssen. Handlungsfähig heißt nicht nur, eine Sitzung beendet zu bekommen, sondern die Politik in den Gemeinden zu gestalten und davor vorne zu bringen. Herr Kollege Mostert-Fissade, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt unterbreche. Herr Kern würde auch gerne Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Nein, ich möchte keine Zwischenfragen zulassen. Wir können gerne das über Kurzintervention regeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen habe ich auch gestern so viel Wert auf das Thema Vielfalt gesetzt. Es ist nämlich auch keineswegs so, dass nur SPD, CDU und Grüne in den Stadträten vertreten werden, sondern wenn kommunale Initiativen eine Relevanz entwickeln, schaffen sie es sehr wohl in die Stadträte und Gemeinderäte, und sie schaffen es sehr wohl, das auch auf Dauer zu machen. Deswegen ist das auch kein Gegenargument, sondern es geht um die Relevanz und auch um die Tragfähigkeit des politischen Konzeptes, was dort vorliegt. Und ich möchte an dieser Stelle, weil das ja wichtig sein wird für die weiteren Beratungen wahrscheinlich, mir auch ausdrücklich die juristischen Einschätzungen, die Kollege Körfges vorgetragen hat, für unsere Fraktion zu eigen machen und mir auch dem anschließen, was Herr Kollege Nettelstroth gesagt hat, und verweise auch ausdrücklich auf die ausführlichen Impfausführungen, die im Hauptausschuss stattgefunden haben. Ich möchte noch auf einen Nebenaspekt hinweisen, auf das die Verfassungsgerichte immer gerne eingeben, das ist die Frage, wie viele Stimmen fallen denn weg durch die verschiedenen Sperrklausel oder Wahlsystematiken. Ich kann nur sagen, bei einem reinen Mehrheitswahlrecht, was auch ausdrücklich zulässig wäre, würden ja schon bis zu 49,9 Prozent der Stimmen wegfallen. Bei einem relativen Mehrheitswahlrecht, wir haben das in Mannheim bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg beobachten können, haben 22,6 Prozent ausgereicht, um ein Landtagsmandat für den Wahlkreis Mannheim zu erreichen. Darüber sprach hier niemand, dass das eine Bedrohung sozusagen der kommunalen Parlamente sein könnte, wenn das eingeführt wird. Und nach dem, was wir nachgerechnet haben, was die Verfassungsrechtler und auch Politikwissenschaftler vorgetragen haben, führt die faktische Sperrklausel, wie wir sie hier in Nordrhein-Westfalen kennen, dazu, Kollege Nellstrud hat es eben schon gesagt, dass in den allermeisten Gremien, die überhaupt nicht zur Anwendung kommt, die Sperrklausel und dass maximal im einstelligen Bereich in den größten Stadträten des Landes unter vier Prozent der Stimmen weggefallen wären. Das Hamburger Verfassungsgericht hat ausgeführt, dass bis zu 5,5 Prozent, das war damals eine Entscheidung, die sich auf den konkreten Fall bezog, völlig zu akzeptieren werden. Ich werbe heute dafür, stimmen Sie dieser sehr moderaten, ich habe es eben ausgeführt, sehr moderaten Sperrklausel von 2,5 Prozent zu. Es hat eine massive Zuspitzung bei der Frage der Zersplitterung seit 1999 gegeben. Und wir wollen das kommunale Ehrenamt stärken. Wir werden auch in den nächsten Wochen das Ehrenamtspaket durch den Landtag bringen. Deswegen haben wir sehr wohl deutlich gemacht, dass wir uns auch mit den niederschwelligen Punkten auseinandergesetzt haben. Und dieser Gesetzentwurf ist die vernünftige Antwort auf die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen bitte ich um Zustimmung des gesamten Hohen Hauses. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mustafizade. Bleiben Sie bitte gleich da. Die Kurzintervention, die angezeigt wurde, wurde von Herrn Kollegen Marsching? Nein, Herr Kollege Kern. Okay. Herr Kollege Kern, ich schalte Ihnen das Mikro frei. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Mustafizade, ich möchte eigentlich an Sie auch die gleiche Frage richten, wie an den Kollegen Körfges, nämlich danach, ob Sie für Ihre Fraktion ausschließen können, dass Sie im Nachgang zu diesem Gesetzgebungsverfahren im weiteren Verlauf einen Gesetzentwurf einbringen werden, der dazu dient, die Fraktionsstärke, die für Kommunalparlamente vorgesehen ist, abzusenken, von der Zeit 5 auf dann 2,5 Prozent, was natürlich dann dem Ziel, die Sie jetzt hier vortragen, diametral entgegenstehen würde, weil es zu einer weiteren Zersplitterung beitragen würde. Herr Körfges hat sich um diese Antwort ja gedrückt, was für mich die Antwort dann auch impliziert. Ich bin gespannt, wie Sie die Frage beantworten. Herr Kollege Kern, ich werde niemals auf Spekulationen, seien Sie noch so geschickt gestellt, die war jetzt zugegebenermaßen nicht besonders geschickt eingefädelt, diese Spekulationen, insofern antworten. Ich für meinen Teil kann nur, ich antworte so, wie ich möchte, Herr Kollege. Ich werde für diesen Gesetzentwurf und ich werde mich nicht an Spekulationen über andere Punkte beteiligen. Ich kann Ihnen nur den Hinweis geben und wenn Ihre Kollegen Sie informiert haben, könnten Sie den Kenntnisstand auch haben. Wir haben in der letzten Ehrenamtskommission, in der aktuellen Ehrenamtskommission weitere Vorschläge für die Verbesserung der Ratsarbeit gemacht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin allerdings kein Freund davon, zwei Klassensysteme oder mehr Klassensysteme in den Kommunalparlamenten einzuführen, sozusagen erst die Menschen reinlassen und ihnen da keine Antragsrechte zukommen zu lassen, die Redezeiten zu beschränken und nicht an Haushaltsberatungen zu beteiligen. Deswegen bin ich der Auffassung, dass diese moderate Sperrklausel, diese Unwuchten, die ich sehe und die meine Fraktion im jetzigen System sieht, genau die richtige Antwort ist und ich beteilige mich nicht an weiteren Spekulationen. Vielen Dank.